Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Dieses Mal ohne Musik, die sonst läuft, sondern mal mit der In-Game-Musik. Wenn es euch gefällt, lasst es mich wissen, ich denke mal einfach kommen, mach es mal wieder ganz natürlich, damit man auch von den Sounds und so weiter vielleicht ein bisschen mehr wieder mitkommt. So wie ich es ganz am Anfang mal hatte, da hatte ich ja glaube ich auch keine Musik drin, war so ganz klassisch. Und ich bin auch wieder hingegangen, hab mal ein bisschen was anderes, ich hab mal wieder Empower and Seals drin, ich hab die Glypho-Warte-Herrlichkeit drin und die Glypho-Doppelbestrafung. Das heißt, wenn ich ein Richturteil auf ein Ziel wirke und danach innerhalb von 10 Sekunden auf ein anderes, dann macht das 20% mehr Schaden. Einfach mal so ein bisschen Schadensoptimierung und hier Wort der Herrlichkeit, klar, pro heilige Macht, die wir verbrauchen, gibt es 3% Schaden. Das heißt bei 3, die wir in der Regel verbrauchen, äh für Heilung, also für Wort der Herrlichkeit, gibt es dann 3, 6, 9% mehr Schaden für 6 Sekunden. Stapelt sich alles ganz nett. Wollen wir doch mal, was haben wir eigentlich hier? Tempel von Kotz Mogo, ich mag es nicht. Aber gut, was mag ich denn schon an BGs? Eigentlich viel. So, gerade mal schauen. Jetzt haben wir da einen Gegner. Oh, ich bin 3. Von Eredas sind mittlerweile ziemlich viele Leute wieder am PvP machen. Finde ich toll. Finde ich einfach toll. Schön, dass der Server in der Hinsicht doch nicht mehr so tot ist. Also der wurde irgendwie, na ne Ahnung, so ein bisschen wird der wiederbelebt. Im aktiven PvP-Bereich weiß ich das nicht so. Äh, jedenfalls in BGs ist deutlich mehr los. Aber da haben wir auch gleich die Zeitkrümmung. Mehr Haste. Krass, wir kriegen gleich noch mehr Haste. Achso, ich hab die andere Kippauslebung. Ich hab jetzt, äh, wieder schön auf Grid. Oh, das wird jetzt lustig. Was ist es? Ach, komm her, Krieger. Arme dich weg. Ja, das bringt ja nichts, was du da gerade vorhast. Mal gleich mal hier das. Oh, geil, geil, geil. Er kriegt einen Stun. Aber wir ziehen die Wings. Na, ich muss mich richtig gerade konzentrieren, weil es schon lange her ist, wo ich damit gespielt habe. Ich werde wahrscheinlich gleich verrecken. Nein, werde ich nicht. Denn ich halte mich hoch. Wir kloppen auf hier hinten noch ein paar Dinge ein. Können wir töten? Ja, bestimmt. Ja, okay, wir sind hier eh nicht alleine. Äh, das wieder. Ja, ich muss jetzt echt gerade überlegen. Die ganze Zeit, wenn man hier sieht, die hin und her, das anzusagen, ist natürlich alles andere als einfach. Der kriegt einen Stun. Healer und Hinder ein. Können wir den Treffen ein, kann man nicht. Kann man auch weggehen. Kann man sonst, kann man uns einen Buff irgendwo holen? Kann man nicht. Will ich wieder nachbuffen? Ich habe jetzt Bürde der Schuld nicht. Schade, dass der Effekt jetzt da oben ist. Äh, der kriegt keinen Stun ab. Jetzt haben wir uns aber mal den eingeholt. Ein Buff, der zweite Buff. Und jetzt wird er umgeflext. Ach Gott, was macht der denn? Nö, da brauchen wir das mal. Ich habe keinen Bock, dass der mir irgendwas ins Gesicht drückt, während ich da drin bin. Das macht nix. Speed. Heal. Äh. Weil ich nicht heal. Tempo. Äh. Heal doch Tempo. Killing Spree. Wo sind der? Kriege ich nicht. Oh, nicht mal langsam kommen. Jetzt mal Slow drauf. Einmal zum Arm. Nö, das bringt dir nix. Das bringt dir nix. Ah, jetzt hast du einen Heiler. Das ist natürlich praktisch. Wall ist ab, Wigs oder Gipi. Scheiße. Habe ich ihn noch erwischt? Nein, ich habe ihn nicht durch, oder? Wir gehen da vielleicht schon unten. Schade. Kann man nicht heilen. Schade, kann man nicht helfen. Schade. Oh, färbel, färbel. Jetzt vergessen mal, Freedom zu geben. Hier geblieben, Freund. Kriegst. Wischbruch. Siege für Richtigkeit. Slow. Ist. Her. Und sterben. Auf Ansage. Opferung. Hier. Ich kann die Leute nicht heilen, als ich da bin. Wir wechseln. Oh, oh. Da ist er. Hey, sag mal. Wo ist der denn rum? Da ist er doch. Jetzt kann man auch ein bisschen heilen. Mal nachbuffen. Da ist ein Shadow. Hier ist ein Richtig. Er kriegt erst mal ein Stun. 4 habe ich. 4 habe ich. Die Gerechtigkeit ist drin. Jetzt gucken wir wahrscheinlich noch mal der 4. Nein, kann ich nicht. Okay, du kriegst ihn hier. Was auf den. Hey. Hey. Kein Freedom mehr. Freedom for me. Boah, ich bin so schlecht. Hopp. Scheiße. Ich bin so doof. Super. Ich bezeichne ihn als schlecht und sehe den Scheiß von ihm nicht. Nein, wir wollen es erst mal. Oh Mann. Niedlich, hast du es ernsthaft vor, mich zu töten? Oh Gott. Was ist denn das Ziel? Der hat ja ernsthaft vor, mich zu killen. Super. Der ist von uns. Nachbuffen. Er ist von uns. Nein, du stirbst. Genau, das war nicht meiner. Schade. Lauf mal schön. Nein, noch mal Mäschigkeit. Hinter ihn. Und boah. Kann hier gar nichts mit. Das muss ich wiederbeleben. Oh, Le Hunter. Richtspruch drauf. Stun. Da wird er wahrscheinlich den Trap irgendwo hier haben. Noch nicht. Er wird eh sterben. Egal was er macht. Mit dem Richtspruch drauf. Nachbuffen. Oh, er baut es hier kleiner. Oh, nö. So nicht, mein Freund. Ich lauf dir doch da nicht hinterher. Ich lauf dir doch nicht. Das offene Messer. Du bist verlangsamt. Und das wieder da. Wall is up. In line. Das muss ich wieder weg. Oh, es ist mutig, Hunter. Kindy, Terrence. Rampage. Ach, zu scheiße. Hallo. Au, ab. Stun up. Boah, wie ich dieses Geräusch hasse. Hate. Purer Hate. Ich will da langsam. Wenn du nicht überheblich wirst. Das lohnt mich ja gar nicht. Oh. Gegen, äh, ja. Da kann man rausbomben. Was ist das Schöne da dran? Der kotzt jetzt? Geht ins Forum flamed? Kann ich verstehen. Hätte die Glühwe drin, hätte er so wegmachen können. Aber, mh. Nicht jeder spielt damit. Gut so. Ich finde die Glühwe total sinnfrei. Wegen zwei solche Immunitäten im Spiel. Den knallen wir uns. Und Speed. Ah, dann holen wir uns auch noch. Uah. Heel hier verteilen. Komm, nicht Stun mal, man. Du sollst hier nicht rumspüren. Bam. Oh, dann sind wir fertig. Ja, kannst du es sehen lassen. Ich wusste, dass ich schon lange nicht mehr mit Emperor Seals gespielt habe. Ist ja eigentlich ganz okay. Das macht eigentlich auch Spaß. Der Effekt sieht dann auch cool aus und so weiter. Aber manche Kämpfe dauern halt Ewigkeiten. Weil da halt im Verhältnis kein Damage so rüberkommt. Ja, so guckt. Ja gut, okay. Das war ja jetzt kurz wo, oder? Machst du hier mal 8K Hammer? Ne, das ist nicht. Ne, das stimmt nicht. Naja, gut, okay. Wie denn auch sei. Wie immer, vielen, vielen Dank für das Zuschauen. Wenn wir es dann so da ab, dann bitte in die Kommentare oder auf Twitter. Über Kommentare freue ich mich immer. Habe ich was zu kommentieren? Nein, gut. Dann kriege ich einfach, ja. Ist einfach schön, wenn man da ein paar Kommentare drunter stehen hat. Das sieht auch schöner aus. Und B, kriege ich dann irgendwie, kriege ich meistens etwas genaueres Feedback. Ach, ich weiß, aber mir gefällt es einfach. Ich antworte einfach gern. Gut, in diesem Sinne, ähm, ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.